Der FC Bayern freut sich über einen Neuzugang. Mehdi Benatia hat für fünf Jahre heute unterschrieben. Das ist natürlich eine großartige Nachricht für alle FC Bayern-Fans. Hallo Mehdi, willkommen in Munich. Wie sind die ersten Stunden gewesen, die ersten Eindrücke? Ich bin sehr zufrieden und sehr froh, hier in München zu sein. Das ist eine große Gelegenheit und Freude. Ich habe den Medizincheck bestanden und bin jetzt bereit, alles für den Verein zu geben. Sie sind ein sehr begehrter Spieler. Warum haben Sie sich für den FC Bayern entschieden? Der Transfermarkt war in diesem Jahr ja relativ chaotisch. Eigentlich habe ich mich am Anfang in Rom auch sehr wohl gefühlt. Aber dann kam eben diese Gelegenheit, zu Bayern München zu wechseln, einem der größten Klubs in der Welt, die es gibt. Also wenn man ein Angebot von Bayern München bekommt, dann kann man einfach nicht Nein sagen. Ich denke, dass jeder Spieler vor der Bayern München nicht zu retten kann, denn das ist wirklich ein Punkt in meiner Karriere. Wir sind erst einmal sehr glücklich, dass Mehdi sich auch für uns entschieden hat. Dementsprechend sind wir sehr überzeugt von seinen Qualitäten. Er ist ein robuster Abwehrspieler, ein zweikampfstarker Abwehrspieler. Auch mit einem guten Aufbauspiel, auch ein bisschen von den Persönlichkeitseigenschaften, aggressiv, Lieder. Er erfüllt alle Eigenschaften, die ihn berechtigen, für Bayern München zu spielen. Kennen Sie einige Spieler schon so ein bisschen aus der Ferne oder vielleicht ein bisschen mehr? Auf wen freuen Sie sich? Ich kenne Franck Ribéry, ich habe in Marseille schon mit ihm zusammengespielt. Ich war damals noch sehr jung und er ist schon ein richtig guter Profi. Ich habe auch jetzt mit ihm telefoniert, ich freue mich einfach mit ihm zusammen zu spielen. Das ist ein großer Profi, ein großer Spieler, der in München viele Freunde hat, das weiß ich, und auch ein großer Publikumsliebling ist. Aber es gibt in der Mannschaft ja natürlich noch andere große Champions, also meine Freude, hier zu spielen, ist riesig. Und Franck ist ein Spaßvogel, also aufgepasst. Ja, ich kenne Franck ja schon ein bisschen und weiß, dass er sehr viele Späßchen macht und vor allem lustige Stimmung mag. Wir freuen uns, herzlich willkommen nochmal, alles Gute und guten Einstand in München. Vielen Dank. Vielen Dank.